ich habe nachtdienst auf der rettungswache auf dem rettungswagen und auf dieser wache waren nachts auch zwei rdw stationiert so es war recht ruhig wir waren auch zweites auto mein kollege und ich das bedeutet der andere rdw stand vorne und bei der nächsten alarmierung musste er halt eben auswirken gut somit liegen wir irgendwann auch alle im bett logischerweise nachdem wir abends im fernsehen geguckt haben und ab in die haja jeder hat da so seinen eigenen aufenthaltsraum haben uns dann da reingelegt und haben gepennt so naja auf jeden fall mitten in der nacht mit einmal ein riesen knall es wurde es war so massiv laut ich bin schon fast aus dem bett gefallen mein kollege genauso wir dachte oh mein gott was war das denn irgendwas explodiert oder was so gehen raus geguckt nix alles keine ahnung so gucken okay der andere rdw ist alarmiert so und dann gehen wir in die fahrzeuge miese also in die fahrzeuge alle das was habe ich vorher auch noch nie gesehen entschuldigt kollegen ja was passiert auf jeden fall ja der andere rdw ist alarmiert worden zu einem notfall ja ist nichts ausgewöhnliches so der eine kollege sagte denn also sie beide aus dem bett und dann sagte der eine zu dem anderen ich muss auch wissen kannst du nicht mal mit dem rdw schon mal rausfahren dann fährst du einmal rum und holst mich vorne ab ich komme dann durch die haustür und der andere so schlaftrunken naja auf jeden fall der eine kollege auf klo der andere rein in ihre miese so notfall den anderen doch abholen das dauert natürlich oder dass das muss natürlich alles ein bisschen schneller gehen weil wegen notfall und so das hat sich wohl der kollege der gefahren ist auch gedacht ja plötzlich ein schlüssel um und gibt ja leider davor vergessen das tor aufzumachen und es außer geschlossenen alle durchs geschlossene tor geballert rdw um vollem arsch das tor aus der aluminium alterung alles rausgerissen alles im arsch gewesen der andere kollege kommt den aufenthaltsraum guckt uns an und sagt man ich bin hier fast von der schüssel gefallen gerade hier was war das denn sagt geht mal in die halle und ich sag schon bei der leitstelle bescheid dass wir den einsatz übernehmen ja im endeffekt mein kollege und ich wir sind dann halt eben den einsatz gefahren naja wach waren wir ja eh durch den knall ja und es gab danach relativ viel gesprächsbedarf zwischen dem rettungsdienstleiter und dem kollegen der gefahren ist aber man darf nie vergessen auch im rettungsdienst im schichtdienst allgemein sind wir alles nur menschen und keine maschinen naja und wie sagt man immer so schön wo gehobelt wird fällt späne und was soll ich euch sagen ja ganz genau dieser einsatz war mal wieder ich habe seit drei tagen schnupfen und husten und wenn man jetzt mal die kosten des ademys des stores und des einsatzes selber nimmt dann war dieser husten schnupfen einsatz auf jeden fall nicht so rentabel für unser damaliges rettungsdienstunternehmen